Meine Shotgun braucht leider so lange, bis sie die trifft. Die Fluggeschwindigkeit ist nicht so wahnsinnig hoch von den Kugeln. Kenn ich, kenn ich, kenn ich, kenn ich. Stirb doch! Blöder Rack, ey. Treff die Racks nicht, das muss unsere Schlafstütze machen. Da hat jemand eine Toilette geöffnet, ich hab's genau gehört. Ja, ich hab's genau gehört, ey. Was? Schon wieder einer im Klo rum. Entschuldigung Leute, jetzt kann ich auch die Racks abschießen. Ja. Musstest du doch ans Klo vorher, oder was war los? War zu hoch. So, guck, alle fallen wie die Fliegen runter, kein Problem. Schön schön. Aber wir mussten mich, wenn nicht auf'm stillen Öhrnchen, mir noch kurz Zeit geben, ne? Ja, was du mit der Rollstuhl da gebracht hast. Oh, Idee! Untertan! Antikanone! Schieß das Tor kaputt! Ich mach das, ich mach das! Ich sitz schon drauf, Mann. Ich geh vorsichtig selber mal aus dem Kick. Ich bin auf dem Weg! Ich bin auf dem Weg! Achtung! Also lass es! Ich steh nur hier! Schieß! Uh! Du hast Kletcher erschossen. Ups! Lass mich auch mal reinklitzeln! Ich will mal gucken! Ich schieß da drauf! Ich schieß schon! Volle Kanone hier! Ach, halt rein! Wir haben Badass-Marodeure! Ja, dann schieß halt! Schieß halt! Schieß, guck zu! Haha! Schönes Feuerwerk! Wir brauchen mal ein bisschen, bis er wieder bereit ist! Keine Munition mehr! Was machst du denn jetzt? Ey, von rechts kommen auch welche! Boah, das Ding zu drehen dauert ewig! Boah, ist das unbeweglich! Oh nein, keine Munition mehr! Keine Munition! Ich steh hier im Griff zu! Ich mach jetzt so vor, das Geschütz zu locken! Ja! Lass mich auch mal rein da! Geh auch mal mitschießen! Feiner! Dahin kommt ein richtiger Badass! Schieß halt! Ja, der lebt halt so lange nach! Ich geh mal raus, jetzt kannst du schießen und ich geh in den A-Kampf! Ja! Es ist aber nix mehr darauf, dass ich schießen kann! Komm schon, lad nach! Lad nach! Da ist nix mehr! Ah! Ey, hast du gerade an meinem Ohr vorbeigeschossen? Ja! Boah, wie es hier aussieht! Oh, 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 oh! Eine Herausforderung wird meistens! Hat diese fette Kanone Friendly Fire? Ich glaube nicht! Wirklicherweise nicht! Was hast du denn geskillt, dass die schon zusammengesaugt werden hier? Ja! Boah, aber wie geil das ist, wenn ich diesen Facelock mache, wie dieser ganze Schrott, der rumliegt, sich alles so in dieses Loch mit rein saugt! So, das sieht herbe cool aus! Was war das? Oh, ich dachte, es wäre schon wieder Krieg ausgebrochen! Guck mal, ein riesen Drache! Oha, der sieht gleich cool aus! Klar kommt schon wieder Vögel! Kann man hier rein? Oh ne, ist nur ne Bitmap Tür! Ach du Scheiße! Sind wir in DayZ? Warum unbedingt neue Scharfschützen hier, Leute? Kauft ihr doch mal eins! Habt ihr ja gut erledigt hier! Du hast doch bestimmt schon ganz schön Cash für ne gutes Sash, oder nicht? Ja, aber du vergisst immer die Ninja-Kosten, du unterschätzt das immer alles! Ninja-Kosten! Shurikens müssen bezahlen! Denkst du, die Rauchbomben und so sind billig? Und die ganzen Katanas, die du immer benutzen musst! Ja, und die ganzen Illusionen, das sind ja eigentlich Menschen! Achso! Oh, guck mal, hier wird ein Fisch gebraten! So, mal wieder mal die Schütze hier aufgestellt, einmal wieder zugucken! Oh, ja! Boah, wie eklig das Schleim aussieht! Hier ist Cash drin! Oh! So, ich hätt gern was hier von den Rippen? Ja, dann lass mal bitte zu Klöpchip gehen! Von den Rippen? Bei dem Fisch? Ja, die Gräpen! Die hättest du gerne, ja? Naja, die essen sowas! Ja, sowas! Ja, sowas! Um sich abzuhärten oder was! Man muss ja auch geschmeidig bleiben! Ich hoffe, fehlt mir die Geräusche, die er gemacht hat, wenn wir ihn angezündet haben! Mir kommen die Tränen! Hi! Hey! Der Psycho hier, der will, der will's echt wissen! Naja... So ein Explosivgeschoss in der Fresse und dann ist das Problem erledigt! Ja! Die Dallokate und ich hab beide auf den Einhauen! Oh, wenn die sich so schnell bewegen, treff ich die mit meinem... ...Dings gar nicht! Immer mitten in die Fresse rein! Immer mit dem Kapahane! Ah, hier ist Munition, sehr gut! Wow, 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 wow! Oh nein, ey, mir geht gleich schwer, die Munition alle! Mach hat ihn voll aufgelöst, ey! Oh, lass den mir, lass den mir, lass den mir! Vier Lebenspunkte! Fünf! Ich bin tot! Oh fuck! Oh, Dallokate! Was geht hier vor sich? Oh, der Marudone steht hier noch! Hallo, ich bin gleich tot! Oh, ich bin fast tot! Wo denn? Zieh durch! Hilfe! Dankeschön! Ich hab keine Munen gerade! Oh fuck, das ist eine Granate! Geh weg! Oh! 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 Da muss da irgendwo Munition liegen, jawohl! Ich hab kein ganzer Action hier! Das ist Chaos jedes Mal! Action! Chen. So, jetzt ist es auch wieder vorbei. Da hinten ist noch einer irgendwo. Doktor. Wow. Oh, hier ist eine schöne Waffenkiste. Au. Kann mal einer raus wieder. BTS? Wow. Was sagt ihr denn? Direkt neben dir. Könnte mich noch einer? Bitte. Bist du belebt? Nein. Jetzt. Ich habe euch doch gesagt, meine Pizza wird nach Pandora geliefert. Hier ist sie. Haha, da ist sie ja. Wo? Wo? Deine Pizza ist da? Ja. Ach, guck mal, aber die haben die geklaut, die Schweine. Ja, die haben den abgefangen. Was ist denn Arsch? Ich habe mir euch noch ein paar Schilder da liegen gelassen. Aber die haben weniger Kapazität. Wird zumindest als meins jetzt. Ach, die Scheiße. Flieg! Der hat sich erschrocken. Oh, da wird einer gehen. Noonjet. Der fürchtet mein Können. Beugt euch meiner Waffe? Oh. Bei mir sagt er fürchtet, äh. Fürchtet mein Können. Meiner hält so 90% das Maul. Ich wieder fisch. Kannst du einmal abdrücken. Hahaha. Ach, das ist so schön. Nachladehäbore. So, haben wir jetzt alles hier gekündigt? Oder dieses Dollarzeichen, oder? Scheint aber nicht so. Oh, die Effekte sind ganz nett, wenn man von hier auf das Feuer von dem Drachen guckt. Wo ist denn das für ein? Das leuchtet so richtig schön, ne? Er ist gerade ausgegangen, aber es geht gleich wieder an. Wo ist denn der? Genau, eigentlich über dir. Als du dich umgedreht hast, ist das Feuer ausgegangen. Er spuckt jetzt wieder Feuer gleich. Das dauert ein paar Sekunden immer. Okay, der Vorfühl faked. Ne. Ja, ich seh's nicht. Der Dach hat kein Feuer. Der heulte dich. Ach da, jetzt seh ich's, ja. Na, lass mal weitergehen. Guter Plan. Ja, ne? Ein guter Plan. Weise Entscheidung. Ein guter Plan. Da ist ein Heil, da ist ein Heil-Ding. Heil? Heil. 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 Heil im Eis. Wenn das Geld stimmt, rette ich dir dein Leben. Oh, oh. Da schießt einer. Einer? Oh. Party in my pants. Mach du mal. Lass mich bei das. Oh, oh, ich bin jetzt schon wieder tot. Äh, will ich jetzt? Äh, gute Idee. Oh, der Badass, den juckt mein Katana nicht. Oh nein. Ach, der frisst sowas von kein Schaden. Vorschlag. Du und Clappy werdet für immer unsere Lieblingsfolteropfer. Du und Clappy. Oh, ne schöne Waffen mit Feuerschaden. Waffenkiste. Pistole für jedermann. Ich will auch eine schlagen. Ah, ich steh nicht so auf Pistolen. Ich hab eine, die reicht erstmal. Ja, zum Verkaufen. Achso, ja, okay. Okay. Stimmt eigentlich, ich vergesse vor allen Dingen immer Sachen zu verkaufen. Braucht ihr immer noch Granaten-Mods? Ich hab noch keinen drin. Ich hab zwei Stück. Ich weiß auch nicht, ob ich jemanden bin. Ich hab noch eine Lobbit-Granate. Und noch eine Lobbit-Granate. Warte, hab ich Granaten? Nein, ich hab nur Schilde. Ja, dann gib mir die nachher nach dem Fight. Den haben wir weggeschlitzt. Boah. Boah, Alter. Wir legen hier aber auch direkt wieder los. Oh, keine Munition. Und Feuer. Oh, nein, brennt hier. Eigentlich für die andere noch mehr Munition. Scheiße. Oh, oh. Marv, kannst du mich aufheben? Ja, ich komm. Unterwegs. Dankeschön. Ist ja schön in Flammen aufgegangen. Ja. Ich find geil, wie der Claptrap seine Geschichte nacherzählt und seine Stimme ändert, wenn er den anderen erzählt. Und dem keiner zuhört. Fand super. War ne schöne Geschichte. Wie bist du hier hochgekommen, Marv? Jump and Run. Ich dachte jetzt schon, dass du Minecraft huchst. Ne, ne. Wir sind nah dran in unserem Ziel. Wo ist Claptrap? Da ist Claptrap. Unser Claptrap wird, glaubst du, zusammengekriegt. Was? Wie, Alter? Nicht mit uns hier. Was ist hier los? Wie Claptrap zusammentreten, hä? Mein Untertan ist ein knallharte Hund. Mein Untertan ist ein knallharte Hund. Ja. Untertan, Alter. Ich find's ein bisschen schade, dass das immer alles auf nur eine Person bezogen ist. Im letzten Teil war das anders. Nein, da war's auch so. Im letzten Teil hat er, ne, im letzten Teil hat er immer von euch geredet und so und verprügelt die oder sowas. Ich weiß nicht, dass er mit einer Person angesprochen hat. Oh, der war schön. Grund, Alter. Schilder. Wer ist mit uns? Super. Jeder nimmt sich an zum Verkaufen. So, auf zum Claptrap. Also, wenn ihr ein Schild findet, das mehr als 183 hat, würde ich mich freuen. Mehr als 183? Ich mach doch eine Explosion. Oh, so. Weil er dagegen geschlagen ist. Oh, Shotgun-Munition, das ist gut. Da ist eine Toilette. Musst du schon wieder? Ja, ne, da war eine Munition drin. Muss man für kleine Ninja. Ja. Mal eben schnell einen Katana an die Wand stellen. Oh, hier ist noch, äh, eine Rifle mit 20 Schaden. Was macht unser Claptrap da unten? Er will die Treppen nicht steigen, weil er keine Treppen steigen mag. Und jetzt müssen wir einen Kran holen, um ihn hochzuheben. Oh Gott. Aber so als fleißiger Untertan. Wo ist der Kran? Wahrscheinlich oben. Wollte ich nicht. Über dem Klo steht Piss off mit einem S. Wo ist hier bitte ein Kran? Hier ist ein Pfeil nach oben. Meinst du, da sollte man hingehen dann? Ja, das ist ein Pfeil. Der Schießpferd. Hinter euch! Sind da noch mehr? Komm jetzt hier alle raus. Oh, dieser Sprengstufe-Hater hat mich gerade erwischt. Aber neue Stärke. Wo sind denn alle hin? Ich sehe auch keinen jetzt hier gerade. Wow. Chance. Danke. Killa Marodeur ist down. Oh, wie die hier alle von... Musik